Und zwar heißt das Ganze meine Antwort an Lou Rockwell, warum ich kein Anarcho-Kapitalist bin. Lou Rockwell ist kein linker Revoluzzer mit Dreadlocks, Che Guevara, Hemd und Haschbrocken in den Socken versteckt, sondern er ist Vorsitzender des angesehenen Mises-Instituts, politischer, libertärer Kommentator, Ökonom und regelmäßiger Gast, auch bei großen konservativen und patriotischen Programmen wie der Alex Jones Show mit Millionen Zuhörern. Dieser Mann verachtet dennoch die amerikanische Republik und die Verfassung. Er hält sie für die Kernursache all der Unmoral und arbeitet mit Eifer auf deren Zerstörung hin. Also eigentlich ein ziemlicher Radikalinski. Er sagt dies aber nicht direkt in diesen harschen Worten, sondern erklärt schelmisch in seinem neuen Artikel, warum ich ein Anarcho-Kapitalist bin. Wer das noch nicht begriffen hat, der hat es jetzt schwarz auf weiß. Auf Lou Rockwells Blog und auf Mises.org. Also in seiner Utopie existieren islamisches Scharia-Recht, Scientology-Recht, Vatikanisches Recht, Freimaurerrechten, unzählige weitere Normen auf amerikanischem Boden. Oder auch natürlich überall anders auf der Welt. Aber nach Meinung der Anarcho-Kapitalisten sollen wir es zulassen, dass alle möglichen Sekten, alle möglichen Kulte, ihre eigene Polizei aufstellen, ihre eigenen Richter ausbilden, ihre eigenen Kasernen haben, Soldaten haben. Dass jede Sekte hier Recht sprechen darf und dass das Trennungsgebot aufgehoben ist zwischen Religion und Staat. Das ist die Idee der Anarcho-Kapitalisten. Also besitzt eine, also ob es überhaupt Landesgrenzen geben darf, ist ein totaler Streitpunkt unter den Ideologen. Und besitzt eine Gruppe irgendwelchen Grund und Boden, das ist zumindest, da ist man sich einig. Kann sie dorthin einladen, wen sie will, auch aus dem Ausland. Also wenn jetzt hier beispielsweise Scheich Abdullah Ahmed Ahmed Abdullah Abdullah Ahmed sich für zig Milliarden einfach einen Riesenflecken kauft in Deutschland. Am besten an der Küste irgendwo, wo es strategisch günstig ist. Dann gehört ihm das Land und er kann dort dann muslimische Kasernen bauen und kann dort Soldaten ausbilden und Spione ausbilden und so weiter. Und er kann sich nach außen natürlich verteidigen, weil er seine eigene Polizei hat, seine eigene Rechtsprechung. Und er versteckt sich also hinter der freiheitlichen Grundordnung. Er versteckt sich hinter der, nicht nur wie jetzt, die Radikalinskis hinter der Religionsfreiheit sich verstecken oder hinter unternehmerischer Freiheit oder anderen Freiheiten. Man versteckt sich hinter dieser universellen Freiheit und kann natürlich dann sich gegen diese Freiheit verschwören und gegen die Nachbarn verschwören. Ohne wirklich behelligt werden zu können, bis es dann zu spät ist. Bis dann der verbrecherische Kult eben meint, jetzt kann man zuschlagen. Sei es nun militärisch oder sei es nun durch subversive Aktivitäten, Propagandakampagnen, Sabotageakte, Industrie-Spionage. Also alle möglichen Möglichkeiten, die da existieren. Und eine Handvoll riesiger internationaler Konzernmonster, Leviatane größer als die meisten Staaten der Welt, haben die größten Heere und die besten Waffen in dieser utopischen Fantasievorstellung der Anarchikapitalisten. Und dieser Nonsens ist der Wunschtraum von Lou Rockwell und verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Nicht nur unter Liberalen, sondern auch bei Linken und überraschenderweise auch bei Konservativen, denen man eingeredet hat, dass sie in einer solchen Privatrechtsordnung endlich so könnten, wie sie wollen. Also gib nur deinen Staat auf, gib die Republik auf, dann kannst du endlich den erzkonservativen Lifestyle leben und deine Kinder indoktrinieren, wie du willst. Viele jüngere Anarchikapitalisten sehen tatsächlich aus wie Linke, waren sogar oft vorgestern noch Linke, konsumieren auch häufig fleißig Drogen, die sie dann mit Bitcoins auf illegalen Ebay-Plattformen, Ebay-Verschnitten wie Silk Road kaufen im Internet, die den Ermittlungen zufolge von Leuten geleitet werden, die Kartelle etablieren möchten und Geld bezahlen für Auftragsmorde. Aber es darf natürlich nichts kommen auf die scheinbar anarchikapitalistischen Helden. Man ist dann überhaupt nicht mehr zur Kritik fähig. Und Lou Rockwell witzelt, also der große Lou Rockwell witzelt dann, was ist der Unterschied zwischen einem Minimalstaatvertreter, also einem vernünftigen Republikvertreter, und einem Anarchikapitalisten? Antwort, sechs Monate. Aha, in sechs Monaten, meine Damen und Herren, verwandelt sich kein gewöhnlicher, liberaler, linker oder konservativer in jemanden, der gleichzeitig auf politischer, militärischer, geheimdienstlicher, psychologischer und historischer Ebene bewerten kann, was für ein Tor des Unheils man aufstößt mit der Zerstörung der Republik. Also beim Anarchikapitalismus und im verwandten Ayn Randism wird einerseits die weitverbreitete verständliche Wut über Missstände hinter einer trockenen ideologischen Sprache versteckt, hinter schönen Worten von Gewaltfreiheit versteckt, und andererseits wird diese Wut auf die falschen Ziele gelenkt, nämlich auf die breite Bevölkerung und die Republik mitsamt ihren Organen. Es ist kein Zufall oder ein vernachlässigbarer Fehler, dass Ayn Rand Organisationen noch heute den kranken Dynastien wie den Rockefellers huldigen, und dass gleichzeitig die Ayn Rand Sektierer mit einer dicken Portion Herrenmenschen-Mentalität der Unterschicht und der untersten Mittelschicht das Verderben wünschen. Und der große Held der Anarchikapitalisten Murray Rothbard erklärte unter anderem in seiner Rezension von Herrn Stein und Murrays The Bell Curve, dass er eine rassistische Sicht bevorzuge auf die Dinge und die ethnischen und anderen Gruppen mit geringerer Intelligenz aus den unteren Einkommensschichten von jeglichen Sozialleistungen abschneiden will. Gemeint sind die direkten Nachfahren der Sklaven in Amerika, die nie Reparationen erhalten hatten und auch nach ihrer Befreiung in dem Klima der Pseudowissenschaft namens Rassismus überall um ihre Rechte betrogen wurden, damit sie eben nicht fair auf dem Feld des freien Marktes konkurrieren konnten. Und, ähm, freilich werden die unteren Einkommensschichten von dem Sozialapparat benutzt und in Passivität gehalten, nichtsdestotrotz zeigen Rothbards zahlreiche Entgleisungen, dass etwas gewaltig stinkt im liberalen Paradies. Und das ist das Problem, das sie nämlich finden werden in allen verschiedenen Organisationen. Ähm, sie stoßen auf Sektiererei, sie stoßen auf Dinge, die gerne verborgen werden. Sehr, sehr negative Dinge über die Gurus, die geheiligten Figuren. Und häufig darf man diese Figuren überhaupt nicht angreifen, man darf sie nicht kritisieren. Man darf sie auch erst, äh, man darf sie auch erst recht nicht wirklich in Frage stellen. Und die Ideologie, äh, natürlich auch nicht. Rothbard arbeitete eng mit Lou Rockwell zusammen. Beide arbeiteten an Ron Pauls Präsidentschaftskampagne schon 1988. Bei den späteren Versuchen, äh, bei den späteren Präsidentschaftskampagnen belog Ron Paul sein spendierfreudiges, motiviertes Publikum und trat nicht wirklich an, um zu gewinnen, sondern er hatte eine heimliche Abmachung, nicht den Establishment-Kandidaten mit Romney anzugreifen. Öffentlich predigt Ron Paul die Verfassung und die Republik in Wirklichkeit ist der Anarchokapitalist. Rothbard verteidigte den bizarren, äh, Rechtsaußen. David Duke, Mitglied des Ku Klux Klans, Schreiber bei Stormfront. 1993, äh, dachte Rothbard laut nach, ein separater Staat für Afroamerikaner wäre interessant, aber zu teuer. Schließlich seien diese Afroamerikaner angeblich unfähig, produktive Gemeinschaften zu bilden und ohne Sozialhilfe von Weißen auszukommen. Der sogenannte Libertäre forderte, dass weiße Polizisten die Macht haben sollten, Schwarze sofort und unmittelbar auf der Straße zu bestrafen. Polizistrichter und Vollstrecke also in einem. Und genau so, mit solchen Entgleisungen bestärkt man die Propaganda der Linken, bestärkt man die revolutionären linken Bestrebungen innerhalb der Afroamerikaner, innerhalb der sozial schwächeren, geldmäßig schwächeren Schichten. Rothbard hing seine Fahne nach dem Wind. Zuerst war er ein Konservativer in den 50er Jahren, schrieb für Buckleys National Review, dann machte er einen kurzen Abstecher in die Ayn Rand Sekte, eine klassische Sekte. In den 1960er Jahren war er Teil der neuen Linken, pries die Studentenrevolten, die Schriften von Historikern, den neuen Linken wie William Appleman, Williams und so weiter. Er wurde sogar Mitglied der linken Partei Peace and Freedom. Erst danach ging er zu den von Koch Industries gesponserten libertären Gruppen, machte dann auch wieder mal einen Umschwung nach rechts und supportete Richard Nixon. Dann die Lichtgestalt Mises verkannte den italienischen Faschismus als notwendigen Rettungsmechanismus, voll mit besten Absichten, um Europa vor den Kommunisten zu retten. Und das, meine Damen und Herren, ist ein absolut böser, böser Anfängerfehler. Das heißt, Mises hat halt das nachgeredet, was Leute Jahrhunderte, also die amerikanischen Denker, Jahrhunderte vor ihm und vor denen Jahrhunderte vorher, die Spätscholastiker in Spanien, also was die längst rausgefunden hat, hat Mises halt eben nachgeredet und weiterentwickelt. War aber dennoch unglaublich inkompetent, wenn es um Diktaturen ging. Mises diente sogar persönlich dem Ösi-Diktator Dolfus, einem Nationalsozialisten. Friedrich August von Hayek und Milton Friedman ließen sich für das Pinochet-Regime in Chile einspannen, in einem Umfang, den die heutigen Jünger und Sektenmitglieder wegleugnen. Die Mont Pelerin Society traf sich ausgerechnet in der chilenischen Stadt Wiener del Mar, wo der faschistische Kuh geplant worden war. Wenn es keinen Anarchokapitalismus und Ayn Randism und diese ganzen Sektierereien gäbe bei den Liberalen, die Rockefellers hätten diese Sektierereien garantiert erfunden. Nur so lassen sich die wütenden, wohlhabenderen Schichten dazu verleiten, für das Establishment die Staaten zu vernichten, die Republiken zu vernichten und somit die letzten Hindernisse zu beseitigen für die neue Weltordnung. Ein globales, unfreies System. Die Liberalen haben in den letzten Jahrzehnten jeden Mist mitgetragen, wie die Öffnung für den chinesischen Markt. All die gierigen Theoretiker legten sich mit den roten Teufel des Kommunismus ins Bett, weil sie sich davon mehr Geld für sich selber versprochen haben und sich haben einreden lassen, diese Marktliberalisierung würde eine kapitalistische und somit freiheitliche Entwicklung in China begünstigen. Das Ergebnis dieser Liberalisierung, die übrigens vom großen Helden David Rockefeller organisiert wurde, hat nun dazu geführt, dass wir abhängig geworden sind von Kommunisten, die uns in jeder Form überholt haben. Vielen Dank, ihr liberalen Trottel. Gemeint sind die extremen Liberalen, die keine Diktatur verstehen, keine Sektiererei verstehen und sich mit den Tyrannen ins Bett gelegt haben und uns damit alle der Tyrannei näher gebracht haben. Also solche Trottel meine ich hier. Ich hoffe, ihr genießt eure Sportwagen, eure Ferienhäuser und eure Kokain, solange bis die sozialistischen Horden bei uns euch an den Bäumen aufhängen. Sobald die Mittelschichtler ihre Staaten aufgegeben, beziehungsweise für das Establishment zerstört haben, werden eben jene Mittelschichtler nicht etwa ganz groß rauskommen, sondern erst so richtig ruiniert werden. Untertitelung des ZDF, 2020